Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 13. Juli 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 851 und heute mit den folgenden Themen. Olympus, Samsung, PS4, Teams, Kameraabdeckung, App-Abstürze. Ich beginne gleich mit Olympus, der sich oder die Kamera, der Kamerahersteller, der sich jetzt auch noch einreiht nach Canon, Fujifilm und was auch immer das vierte schon wieder war, die für ihre Videokameras Unterstützung anbieten für Webcam, also quasi anhängen via USB-Kabel an eurem Mac oder an euren Windows-Rechner und schon könnt ihr das Ganze als Webcam nutzen. MacOS habe ich ein bisschen für früh gesagt, denn wie bei den anderen Herstellern ging es auch hier oder geht es auch hier zuerst auf die Windows-Plattform. Ich hoffe doch mal, die MacOS-Version wird auch noch nachgereicht. Dann gibt es Neuigkeiten von Samsung, die haben mit Umfragen aktuell erfahren wollen, ob man denn beim nächsten, und das könnt ihr dann an Apple erinnern, iPhone oder eben nicht iPhone, sondern ein Samsung-Smartphone auf die Kabel, das Ladegerät, besser gesagt nicht das Kabel, sondern das Ladegerät und die Kopfhörer verzichten könnte. Wegen Umweltschutz und so weiter und logischerweise auch, weil dank dem 5G-Chip, welcher Samsung ja fast übergreifend in fast alle ihre Telefonate steckt, deutlich teurer in der Produktion und in der Anschaffung kommt. Dann gibt es Neuigkeiten von Sony, obwohl Neuigkeiten sind es nicht nur, man hat wieder mal ein bisschen Insights geliefert. Also wenn es schon nicht allzu viele Neuigkeiten zu der kommenden PS gibt, muss es welche zu der aktuellen geben. Aktuell ist es so, dass eine PS4 in 30 Sekunden gefertigt ist und da könnt ihr euch fast vorstellen, da stecken keine Menschen dahinter. Nee, das passiert alles auf einer 32 Meter langen, war das glaube ich doch, Fertigungsstrecke, die mit Roboter bestückt ist aus dem Hause Mitsubishi, die das Ganze eben wie gesagt innerhalb von 30 Sekunden zusammenschrauben muss. Und fertig ist das. Ja, da sind einige andere neidisch. Tesla unter anderem zum Beispiel hätte sicherlich auch gerne solche hochqualifizierten, fertigen Strecken, die das alles machen. Das Einzige, was es gebraucht hat, waren circa zwei oder vier Mitarbeiter. Genau, vier waren es. Zwei, die Modelboards und sonstige Teile aufgefüllt haben und zwei, die dann die fertigen Kisten hintendran bestückt haben und das Ganze weggeschafft haben. Schon eindrücklich, was da heute so möglich ist. Dann gibt es Neuigkeiten zu Microsoft Teams, die haben einiges an neuen Funktionen angekündigt. Denn Together Mode und was war da noch alles erwähnt? Genau, automatische Helligkeit-Anpassung, Blur-Effekt im Hintergrund, damit es einen kleinen Bouquet-Effekt gibt und, und, und. Unterstützung bis zum mit 1000 Teilnehmers bei Meetings etc. Wenn ihr da ein bisschen mehr darüber hören möchtet, hört doch mal in den grossen Geek Talk rein, in die News-Folge der aktuellen Woche. Da haben wir das Ganze auch ausführlich besprochen. Dann geht es weiter und zwar mit, was habe ich hier noch auf dem? Genau, Apple hat verlauten lassen, dass man nicht unbedingt, dass es nicht allzu geschickt ist, solche Kameraabdeckungen auf dem MacBook zu kleben. Denn die sind ja sehr beliebt, nicht erst seit Edward Snowden und Corona und so weiter. Man möchte da natürlich die Kamera zudecken können, sodass sie nichts aufzeichnet, wenn man nicht mag. Wenn man dem Hersteller oder der Software nicht vertraut, muss man da was Physisches machen. Und Apple hat, wie gesagt, gesagt, man soll das nicht tun, denn zwischen der Auflage, wo das Display hinkommt und dem Display selber, ist der Spalt so dünn, dass wenn man eben da was drauf klebt, das sind meistens so drei, vier, zwei, drei Millimeter dicke Kunststoffgeschichten, dann tut das der ganzen Konstruktion nicht wirklich gut. Man soll eher in die Systemeinstellung gehen, da am Punkt Sicherheit die Kameras raussuchen und da dann sagen, welche Apps auf diese zugreifen können. Und zu guter Letzt für all diejenigen, die in den letzten Stunden oder ein, zwei Tagen TikTok, Spotify und ähnliche Apps abgestürzt sind unter iOS, ja, da ist nicht Apple schuld. Wieder mal, wie schon mal in diesem Frühling, glaube ich im April war es, ist Facebook daran schuld. Deren ihre SDK, über die man Login und solche Geschichten macht, bringt wieder massenweise Apps zum Abstürzen. Man loggt sich auch nicht mit Facebook ein und solche Dinge gehören auch nicht in der App. Liebe Entwickler, macht das doch raus für die Zukunft, dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Ruhe. Das war es mit den Neuigkeiten, die ich für euch hatte, jetzt zum Wochenstart. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und noch mehr hoffe ich, dass ihr gut und produktiv in die neue Wochen starten könnt. In diesem Sinne, wenn ihr mögt, bis morgen wieder. Euer Paul Gipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.